Vielen Dank, Herr Abgeordneter Plett. Für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Hamrückener, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, zu diesem Antrag ist einmal festzustellen, dass sich alle Fraktionen im Niedersächsischen Landtag einig sind und den niedersächsischen Hochschulen, die sich um den Status einer Exzellenz-Uni im Bewerbungsverfahren befinden, alle erdenkliche Unterstützung gewähren möchten. Wir alle sind stolz auf die hervorragende Arbeit, die an diesen Universitäten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens geleistet wurde und auch noch wird. Eine Debatte erübrigt sich somit, und daher möchte ich an dieser Stelle auch nicht weiter ausholen und die Zeit des Landtages beanspruchen. Vielleicht halten es die Kollegen der anderen Fraktionen ja ebenso. Die AfD wird dem Antrag gerne zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion die Kollegin Frau Abgeordnete Schütz, bitteschön.